Ich bin Fachreferent für Theologie und Religionswissenschaften an der Universitätsbibliothek Leipzig. Darüber hinaus bin ich Mitarbeiter der Sondersammlung, zu der die Handschriftenabteilung und die Abteilung für alte Drucke und weitere Bereiche, in denen besonders kostbare Schätze aufbewahrt werden, gehören. Ich sitze hier über der Faximele-Ausgabe des Marcel Lipsier aus den 60er Jahren. Die Originalhandschrift ist 700 Jahre alt und wird heute nicht mehr aus dem Tresor geholt. Einige der Darstellungen sind nicht so einfach zu deuten. Hier sind die sogenannten vier rätselhaften Medaillons dargestellt. Im Kommentar dieser Faximele-Ausgabe bringt man diese vier Medaillons mit den vier Evangelisten in Verbindung. Eine Vermutung ist, dass die Handschrift in einer christlichen Schreib- und Malwerkstatt hergestellt worden sein könnte und das unter der Hand christliche Symbolik mit eingeflossen ist. Das würde die schöne Vorstellung ernähren, dass es auch im Mittelalter Zeiten gab, in denen Juden und Christen sehr unkompliziert miteinander umgegangen sind und keine Berührungsängste hatten. Was unseren Marcel so wertvoll macht, ist nicht nur sein Alter, sondern ist die Tatsache, dass er illustriert wurde. Es gibt nur wenige illustrierte Machsorim aus dem Mittelalter, da ja die Juden das Bilderverbot einhielten. Ich denke, dass das Bedürfnis, Bilder anschauen zu wollen, doch so groß ist, dass man versucht hat, dieses Verbot zu unterlaufen. Und hier hat man den Weg gefunden, die menschlichen Gestalten als Vögel darzustellen, indem man ihnen Vogelnasen in Anführungsstrichen verlieh. Sie sind sozusagen als Fabelwesen dargestellt. Den ganzen Raum, ein Doppelplatz, nimmt die Darstellung des Durchzugs durch das Rote Meer ein. Jeder kennt die Geschichte, wie Moses mit seinem Schwert das Meer spaltet. Die Juden trockenen Fußes durch das Rote Meer hindurchgehen und die Ägypter dann im Meer ertrinken. Eine wunderbare Errettung des Volkes Israels durch seinen Gott. Wir sehen hier in der Faximile-Ausgabe ein langes Schwert, das Moses in der Hand hält, um das Meer zu spalten. Im Original der Handschrift ist dieses Schwert schon gar nicht mehr so lang. Die Spitze ist einfach abgeblättert. Die Arbeit des Bibliothekars hat zwei Seiten. Einmal hat der Bibliothekar das Glück, sich mit Dokumenten aus vergangenen Jahrhunderten zu beschäftigen. Zum anderen ist er Zuschauer des Verfalls und ist ein einsamer Kämpfer oder ein Kämpfer auf verlorenen Pasten gegen die Zeit. Im Original der Macht Untertitelung des ZDF, 2020